Eichel, weißt du, was lustiger ist als 24? Was? 25? Wer ist denn jetzt hier so laut? Okay. Eichel, so lustig war das jetzt auch nicht. Eichel, Melissa, sofort vor die Tür. Ihr verlasst jetzt den Unterricht. Ey, Herr Müller, Eichel, alles wegen dir. Ja, ihr war damit, dass ich kein Bock mehr da.